Hallo und herzlich willkommen, ich habe einen Bus. Schöne Ansage, wir machen eine Bustour. Hier, Schulausflug 2.0. Darf man als Ansage sagen, dass man das ekelhaft findet, dass man gerade angepopelt wurde? Das darfst du nachträglich auf jeden Fall jetzt. Warum machen die das in diesem Spiel? Das war das Glamour-Update. Popeln ist glamourös, mein Klitherer. Nein, jetzt nochmal, weil Aranel bereits sagte, Ausflug. Ich hoffe mal, es wird ein schöner Flug. Ist eigentlich Rauchen im Bus erlaubt? Ja, ich wollte gerade sagen, warum rauchen wir hier im Bus? Das ist alles erlaubt. Alkohol, Drogen. Oh, oh, ich bin so eine klugere... Was ist denn der Bus hinter mir? Ich dachte, hier ist ein Bus hinter mir. Ja, ich bin doch schon unterwegs, aber der Bus fährt so langsam. Ich weiß nicht, warum. Pam, 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 pam. Ja, ich könnte dich... Das ist nur, weil wir im Bus geraucht haben. Ja, ich habe diese kleine Orientierung verloren mit dem ganzen Qualen. Ich muss mal die Fenster aufmachen. Warum kann man kein Bier trinken? Weiß ich nicht, ich kann nicht mal was rauchen. Oh man, hab ich nicht gesagt. Ah. Nee, ich kann nicht rauchen. Umräumt der Kapitelpanther uns schon wieder. Alter, der soll mich in Ruhe lassen. Der hat ein Ei am Wandern. Das ist doch gar keine, der kann nix wandern. Warnel, wo fährst du da hin? Upsch, da. Gegen uns. Oh, Thomas, können wir dann? Ja, das ist hier nicht so, dass könnten wir... Boah, ne, wir können doch nirgends reingefahren sind, das ist doch nervig. Thomas, gib Gas. Ich mach das einfach mal für Playboy-Menschen, weil da gibt's doch so ein Glitchy-Tor. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Danke. Wir haben kaum zwei Minuten auf Klassenfahrt, ne? Und schon Stress mit Schuhe rein. Ich glaub, unser Bus hat auf der linken Seite keine Fenster mehr. Wo ist die Playboy-Menschen, ist doch bei Playboy-Menschen. Nein! Tristan, oh, Alter. Tristan. Tristan. Boah, Schulausflug des Todes. Playboy-Menschen. Let's Die Together. Ja, das wird nix, wir sind gerade alle explodiert. Let's Die Together. Alle tot, alle durch Tristan gestorben. Herzlich willkommen bei Let's Die Together. Let's Die Together mit der Panzer. Jetzt weiß ich, wie der Tristan seine Killscore hochmacht. Ne, da verrät's schnell Thomas. Warte, ich kaufe mir jetzt einen großen Bus. Kaufe dir einen großen Bus? Ja, ich kaufe mir jetzt einen großen Bus. Noch ein Clown. Das ist Tristan, halte ich von ihm fern. Der ist gefährlich. Geht mir da los. Ja, der wird von den Bullen gejagt. War das bei Wurst? Ich geh mal da weg. Wow! Ich kaufe mir doch keinen großen Bus. Okay, auf Sarah. Die haben ja die Preise erhöht, aber einen kleinen Bus kann ich mir kaufen. Was ist das? Das sagt der mit Level 677, das tut mir leid, aber da muss ich gerade mal lachen. Der kleine Glitcher-Wixer sagt kleine Glitcher-Wixer. Mach mal ein Foto davon. Okay. Wieso gerade after uns? Warte, ich schreibe jetzt, sie soll stehen bleiben. Kann ich mich mal hier im Auto abholen? Ich stehe hier irgendwo. Am explodierten Bus stehe ich. Ich habe hier gerade kein Auto, nein. Das sieht nur so aus. Oh, Mensch, das sieht zu gefährlich. Die Bullen, die Fahner, wie sie wollen hier. Ich stelle meinen Bus. Ich habe mir gerade einen Bus gekauft. Oh, unser Bus ist jetzt da. Hilfe! Oh, ich habe die Polizei angerampelt. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, sorry. Hast du mich gerade überfahren? Ich habe dich überfahren. Oh, jetzt hast du so... Alter. Nein, das war irgendwie... Ich verwollte dich aber gar nichts, warum ich heute weg. Buch und Zeit auf dem Stern. Was? Du wirst getötet, weil du einen Bullen angerempelt hast? Ja. Was? Ja, dann fangen sie sofort an zu schießen. Robin, mach will. Äh, Andre, rufst du mal ein Auto? Sind alle schon, sind alle schon in der, in der, in der, äh... selber gemacht? Nein. Ja, natürlich. Hast du das gerade nicht mitbekommen, dass wir eigentlich schon sind? Ich hatte, ich muss das auch mal selbst machen. Der Tristan hat uns allogen gebracht. Ich werde wieder von der Polizei überfahren, aber ist nicht schlimm. Ah, jetzt bin ich auch wieder am, am, ich wollte sagen, am toten Boss, ähm, am Brenn... Ja, ich bräuchte jetzt mal ein Auto. Ja, ich stehe alle hier rum. Ja, wir hatten, ja, ja, Andre, du hast so einen Mechaniker, oder? Ja, der geht aber nicht ran, der sagt immer von wegen, er hat keine Zeit oder irgendwas. Hast du deine Miete nicht bezahlt, muss ich laufen, ja? Warte mal, hier, da, Auto, Viersitzer, einsteigen. Ja, und Polizei. Ey, warte, warte, noch nicht einsteigen. Ein Moment, ein Moment, ich muss gerade mal kurz... Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke. Warum sind die Kippen denn unter Snacks eigentlich? Noch nicht einsteigen, ich muss... Ach, für den Schokoladen, jetzt haben wir gleich wieder Bullen. Vermöbelt dir mal jemand, der da hinter mir herläuft? Nein, eine Zigarette wird im Übrigen auch... Nein, der hat dir das nur in ein Brötchen genommen. Das ist kein Polizist, das ist ein Zivilist, dem ich gerade das Auto geklaut habe. Hey, 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 Freundchen. Freundchen, bleib ruhig, das ist alles egal. Ah, ich bin immer noch am Rauchen, deshalb funktioniert das nicht. So, jetzt hier, ihr könnt einsteigen, ich habe keine Sterne... Ja? Er liegt, haut ihn. Er zieht mich raus. Oh, Entschuldige. Ja, er ist tot, ihr könnt... Oh, nein, 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 nein. So, lasst mich mal hier, ich habe mir die Markierung schon gesetzt. Ich muss, äh... Oh, nicht hinten einsteigen. Da kommt der Nächste, der sich brüllen will. Oh, das war das Chaos. So, jetzt steig ich ein, ja? Also, wir haben hier nicht ewig Zeit. Ja, Aranel, was muss denn auf dem Fahrer sitzen? Ich wollte doch gar nicht auf dem Fahrer sein. So, jetzt, wir mal. Ich bin ex-frau auf der anderen Seite eingestellt. Ja, aber wenn keiner auf dem Fahrer sitzt, jetzt... Ja, so ist mir dann auch aufgefallen. So, jetzt hier. Jetzt haben wir zwei Sterne mitgebrüllen. Boah, wie soll ich Sterne denn jetzt her? Und warum ist die Pickscheibe schon wieder weg? Ja, weil die Bullen uns hinten rein gefahren sind. So, jetzt, Achtung jetzt. Oh, ich muss jetzt mal wieder beschießen hier. Ja, dann machen wir drei Sterne und wundern uns. Ja, letztes Mal haben wir vier geschafft. Und was drehen. Ja, aber das ist jetzt gerade nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich weiß. Aber es macht natürlich die Sache viel, wenn du Menschen überfährst. Ja, weil die Bullen, äh, Angst haben vor mir. Weil ich bin voll der... Komisch, früher hat man in GTA für sowas echt richtig viele Sterne gekriegt. Ja, solange ich keinen Bullen überfahre, ist alles gut. Oder musst du nur einen Menschen irgendwie am Strand überfahren und dann... Entscheide mich mal, meine Sterne loszuwerden. Ja, nächster bitte. Ich fahr da hinten jetzt über die Brüstung, ne? Also, ja, oder auch nicht. Das hat ja sogar geplant. Das war geplant. Ich wollte hier runter. Passt das Auto da nicht durch. Na gut, warte, dann springen wir da runter. Da vorne war doch eine Lücke, hab ich gesehen. Ja, da links. Wir müssen uns ja nur vor der Polizei verstecken. Ich glaub, wir haben ein kleines Problem. Haben wir nicht. Ich hab alles unter Kontrolle. Tschüss. Ich vertrau dir mal. Na doch, es geht. So, jetzt müssen wir trotzdem aussteigen. Die Polizei hat einen Verpackstatt überfahren. Tschüss. Oh no. Also, ihr seid da oben bei den Glitschen alle hier. Die Glitschen alle da oben rum. Ich fahr auch mal da hoch. Kommt der Mail? Nein, wir kommen gleich. Ich muss nur den Bus abholen. Und wir haben auf mysteriöse Weise, äh, Sterne bekommen. Ich bin leider los. Weil uns die Polizeiauto hinten reingefahren ist. Oh, sie wollten nicht mehr auftauchen. Ich hab festgehangen. Toll. Hört doch, was seid ihr denn alle wegen dem Bus? Ja, ich bin unterwegs. Ich schwimme. Bin ins Wasser geflüchtet. Aber wenn du neben Bus bist, kannst du ja schon mal einsteigen. Wo ist denn dieser Bus? Äh, der müsste eigentlich laut GPS haben sie schon wieder eingelagert, die Idioten. Ah ne, unten am Strand steht er. Am Strand? Ja, da wo der, ähm, der Chat-Wesky-Verleih ist. Ah, der hier hinten. Der seid ihr wahrscheinlich. Ich muss ja mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht von der Polizei überfahren werde. Bin gleich da, ich schaffe das. Bin auch gleich da. Ich schwimme noch. Scheiß drauf, ich springe einfach. So, Sterne los. Nein, lässt euch jetzt nicht mit dir telefonieren. So. So, mein Hirnvolumen ist auf 80 gestiegen, hurra. Oh, taucht doch auf, Mann. Ah. So, da oben, wo du bist, ist die Playboy-Menschein, ja, Thomas? Wer ist denn da gerade gestorben? Ich bin da gerade gestorben. Ja, die meisten sind jetzt, die meisten sind jetzt wieder oben an dem Plätsch da. Weil sie einfach nicht auftauchen will. Irgendwie ist das, äh, tauchen bei mir gerade ein bisschen buggy. Äh, hä, warte mal, da ist Tom, wo, warte mal, das ist Gangster? Wo ist denn Thomas? Mein Auto schwimmt, mein Auto schwimmt. Und ich war der, der gerade versucht hat, nicht zu überfahren, deswegen schwimme ich hier so rum. So, boah. Ja, da lauf ich halt. So, scheiß machen. Flägt du einen, oder nicht? Ich hab keine Sterne mehr. Ich möchte hinten sitzen. Lass dich fliegen. Ach, du möchtest hinten sitzen. Ich möchte hinten. Oh, da war eine fast nackte Frau und wird schon wieder überfahren. Die hatte nur ein Bikini und einen Sonnenhut auf. Was? Die sollte sich was schämen. Und die hat nur ein Bikini an. Oh mein Gott. Und das im 18. Jahrhundert. Ja, und also sowas, sowas hier, ne? Also, ich kann hier nicht mehr wohnen. So, ihr müsst zum Bus kommen. Nicht immer auf dieser komischen Güte da rüber, zum Bus. Ja. Ja, aber mit Stern ist es ein bisschen scheiße. Da kommen wir auch in Lendis. Ich sehe, da oben rennt sie. Aber wer hat denn, Thomas, du, Thomas, du erzeugst die gerade Toppel-Lehren. Was? Achso, du erzeugst die? Ja, die ganze Zeit. Oh, hier hat ein bisschen Blut im Sand hinterlassen. Äh, Ketchup. Äh, Himbeer-Hembeer-Gelee. Thomas, du erzeugst immer noch Toppel-Lehren. Die anderen sind schon voll lustig am Glitchen. Aber vielleicht sollte Thomas fahren, weil der weiß, wo der Glitch ist, oder? Ja, da oben an dem See. Da oben an dem See. Aber ich bin mir nicht sicher, ob gerade irgendjemand bei mir einsteigen möchte. Hat irgendjemand auf die Uhr geguckt eigentlich? Ja, wir haben 22 oder 22. Das meinte ich nicht. Wo ist denn jetzt der Bus? Ach, da hinten. Und ich schneide das eh so, dass ich voll cooler rüberkomme. 14 Minuten. An dem See, an dem großen See. Oder an dem kleinen See. So, ich mach. So, der Rest tummelt. Wie ich mir das mal, da... Kack der Police. Gut, äh, dann wollen wir nochmal tauschen hier, ja? Warte. Warte mal mit tauschen. Ey, warum treffen die mich nicht? Die Blätze, du bist aktuell Fahrer, aber... W-w-w-w-warum muss ich fahren? Du musst nicht fahren. Du sollst ja weg... Nee, du musst nur einmal aussteigen, dann bin ich wieder fach. Ich bin ein bisschen... W-w-w-w-w-w-w-w. Ich habe das Gefühl, wir nehmen das auch auf. Also, man hört das überall. Ja. Ich wollte aber nichts sagen. Ich dachte, ihr sagt doch schon. Ähm, wie viele Sterne hast du, Thomas? Ähm, einen. Das glaub ich dir nicht. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt ist schön. Oh oh. Ich hab gar nichts gemacht. Und dann weißt du mal keiner, wie es weitergeht. Ja. Ja, da kann man Elefanten über den Wolkenfliegen sehen. Ah. Ach, das macht man auf einer Busfahrt. Ja, nee, das war jetzt die abgewandelte Form aus, äh, eigentlich eine Ballonfahrt, die ist lustig. Und, ähm, dass ich mich überlegen, das war Benjamin Blümchen. Benjamin. Genau. Und da gibt es eine Folge, wo er am Ballon fliegt. Und da singen sie, ähm. Ich kenn nur die mit den blauen Mars-Elefanten-Dingern. Mit den, oh, die ist toll. Wie heißen die denn? Mit den, äh, nee, Ollifanten? War das nicht Ollifan? Nee, 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 du meinst Ottifanten. Nein, ich meine, warte mal, ich hab das Buch, glaub ich, hier irgendwo rumstehen. Ich weiß nicht, ich hatte das nur auf Kassette. Scheiße. Ich kann auch die Fanten malen, falls wir zufälliger am Fancy United Let's Draw machen wollen. Let's Draw? Let's Draw. Ich hab einen Mundschrauber, falls jemand einen Mundschrauber haben möchte. Warte, es geht gleich weiter. Kurze Pinkelpause. Genau. Ja, ich muss hier mal ganz kurz hin... Was? Ja, dann hier, äh... Aber ich muss hier mal ganz kurz hin das Gebüsch, also... Ah, schön so. Und weg ist sie. Ich hab ein paar rote Tattoos. Also, ich muss leider sagen, das sieht echt ein bisschen aus, als würde sie jetzt grade im Gebüschpinkeln gehen. Aber ich hab mir nicht auf die Schuhe gepullert. Aber die sind doch ganz nass. Nee, 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 das ist das Blut von meinen Feinden. So, alle wieder drinnen, können wir los? Ja. Ja, wir wurden grad angeschubst. Ja, wir wurden angeschoben. Angestubst? Angestubst? Sind wir bei Weekend weh? Nein, bei Facebook. Ja, das ist doch bei Facebook. Ja, das ist doch bei Facebook. Scheiße, nicht schon wieder. Machst du ein Foto durch Facebook. Ja. Ich muss sagen, dieses Foto sieht ja schon sehr mafiamäßig aus. Mir ist schon wieder mein Controller untergefallen. Mann. Bei dir drei? Nein. Wir sind mehr als drei. Wir sind zu drei in Fünft. Aber dafür haben wir, ähm, wir haben so einen Open-Air-Bus. Das ist wie diese Sightseeing-Busse, wisst ihr? Ja. Hey, da ist Thomas. Ja. Ich habe Angst. Thomas, komm bitte ab. Ich habe Angst. Ja, entschuldigung. Ich könnte doch schon mal einzeln da hinfliegen. Er wird wieder erlandet, oder? Hoppet. Auch da hinfliegen klingt schon mal gut. Jetzt kommt er wieder ab. Ja, ihr könnt ja... Ich bin da flexibel, ne? Ich bin da flexibel, ne? Nein. Jetzt nicht mehr. Du hattest die einmalige Chance. Bitte? Ja, jetzt fahren wir lieber. Fahren ist eh cooler. Irgendwer trinkt da gerade ein Buss. Hab ich das gerade richtig gesehen? Der Weg ist ja auch nur unerheblich weit. Nein, da macht jemand, äh... Ich hätte auch jemanden probische Bewegungen. Neun Kilometer. Ja, ich mach da gerade die Jazz-Hände. Ah. Ja, ich kann es sehen. Jazz-Hands. Was macht mein Typ eigentlich? Oh, er schießt. Das sollte er nicht fliegen. Oh, ich wollte dich ins Internet gehen. Naja, okay. Ach, mein Typ macht dir das Klassische. Oh, ich hab schon wieder, äh, irgendwie 200 AP gekriegt für Fahren mit anderen Mitspielern. Ja. Ja, das sind Erfahrungen. Ich bin ja auch der beste Beifahrer überhaupt. Du bist gar nicht mehr Beifahrer, du fährst hinten drinnen. Ja, Mitfahrer halt. Nee. Lustig, ich kann ein Foto nur vorne raus machen vom Fahrersitz aus, aber nicht hinten im Raum. Nee. Das ist, das ist... Das ist ja auch gefährlich da hinten. Ja, umdrehen ist, ist gefährlich, das hat man dir doch gesagt. Wenn der Bus dann drin ist, schlägst du ganz weit nach vorne. Hm. Alter, wenn der Bus da hochschlägt. Alter, das ist der Mäuse, der andere hat sich nicht rum. Interessant, ob der hier schönes im Bus macht. Was macht ihr da? Das ist ein Bild für Götter. Und so ganz peinlich berührt, aus Versehen aufgehört. Bitte nochmal, ich möcht's sehen. Och Kinder, das ist ja hier wirklich wie in der Grundschule. Popeln die sich gegenseitig, oder was? Nee. So ähnlich. Achso. Die anderen Popeln. Also André, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Was ich klatsche und nur. Hm. Was ich gerade stufe. Genau, Popeln. Wir konstatieren auf dieser Stelle, dass der Splash-Mild-Promas ist der Perverse. Ich war das gar nicht. Jemand hat mich gehackt. Ah, Wutcher hat's verstanden. Ich versuch gerade den Glitch mitten im Helikopter. Kannst Wutcher sagen, das klappt nicht, du explodierst? Ich hab's schon natürlich noch nie ausprobiert. Meine, ähm, der Wutcher... Hast du nicht gesagt, der Wutcher versuch's mit dem Helikopter? Nee, der Wutcher hat's kapiert. Ich versuch den Glitch mitten im Helikopter. Achso, es wird nicht knapp. Ich bin schon explodiert. Was ist denn Trockenvögeln eigentlich für eine Aktion? Das ist ja krass. Ich bin doch... Und jetzt drück zweimal ganz schnell rein. Also die beiden Sticks. Was? Aha, der eine... Der eine vögelt, der andere ornaniert, ja. Wir haben halt Trockenvögeln. Es gibt jetzt halt im neuesten Update hier, wenn du zweimal reindrückst, ganz schnell hintereinander, dann macht das die Aktion ein bisschen ausführlicher, sag ich mal. Interessant. Guck, Robin, genauso. Ja, genauso. Beim weiblichen Char sieht's ein bisschen komisch aus. Deswegen sag ich mir nix dazu. Richtig ist, wo ist so leise. Kannst du beim Taler jetzt nicht sehen, richtig? Das sieht ein bisschen gefaltet aus. So, was muss ich jetzt hier machen für den Glitch? Kann nur euch zwei sehen. Einfach ganz langsam gleich dagegen fahren, wo dich Thomas hinführt. Thomas, bist du da? Ja, ich bin da. Ich bin so allein. Mein rechtes Ohr ist so leise. Thomas, das ist kein Problem. Mein Lickes Ohr muss uns hören. Robin, guck mal kurz. Der eine Bus ist bereit für den Glitch. Was für ein Bus nochmal? Der eine Bus ist bereit für den Glitch. Warte. Mit das? Sondern? Da sind viel weniger Leute als da, wo wir losgefahren sind. Ja. Ich werde mal, ich werde mal für den Platz sorgen, für den Glitch. Warte mal, ja, warte mal, warte mal. Ich stelle den Helikopter einfach mal irgendwo hier hin. Ich meine, so einen Helikopter kann man immer mal gebrauchen. Ja. Also, ihr wollt mal eine Runde rumglitchen? Ja. Wir wollen es versuchen. Und wir brauchen dafür ja ein bisschen Platz. Warte mal. Willst du, Thomas, willst du fahren? Das ist, glaube ich, besser, weil du weißt, wie der Glitch geht. Ich hab keine Ahnung. Willst du fahren? Ich, ne, ich kann den, ich kann den, ich kann den machen. Ich kann den schon mal machen. Ja, oder so. Hallöchi, da bin ich. Hey, komm mal, schöne Glatze. So, dann tauschen wir mal. Oh, Alter. Wer ist denn das schon wieder, Kapitän Ponder? Wer? Was? Soll denn das? Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Der glaubt mein Bus. Ach so was, das? Ich dachte, ich soll da jetzt irgendwo reinfahren. Nein, Thomas, ich will das doch machen. Hör doch zu. Ach so. Entschuldigung, ja, zuhören, hallo. Zuhören, was? Womit denn, mit meiner rechten Hand, oder was? Hör doch zuhören, hat doch keiner mehr Zeit für. Ich möchte bitten, dass die anderen... Genau. Das Problem haben wir doch schon mal super gelöst. So, wir fahren jetzt ganz langsam. Ich nehme auf, man hört mich. Ich sag schon mal Tschüssi. Oh, Alter. Was ist das hier vorne? Was ist das? Thomas, was ist das? Wer ist denn das da vorne? Der Thomas. Nee, das im Auto ist jemand anders. War das ein NPC? Ja. Ja, und ich hab zwei Sterne. Wir haben zwei Sterne, wir sollten uns also bearbeiten. Oh, der hat ne Waffe. Beilig. Das Wunderschön daran ist, dass er so perfekt im Tor geparkt hat. Ja, warum erschießt er mich? Hallo? Ich bin... Ich... Ich fahr voll nett. Dann wutschner das... Oh, jetzt steht das Auto da. Ich wollte ihn nur umparken, um... Ja, das haben wir ja gleich gelöst. KBT Panda hat ihn weggerammt. Na los. Los. Ich fahr's davon. Aber hier steht das nächste da drin, ey. Da steht das nächste drin, das ist doch schlecht. Oh, Mann. Das wird nie was. Ich will... Hm. Thomas, wir haben denn noch ein anderes Tor, oder? Ja, ja. Dann nutzen wir bitte das. Das scheint ihm nicht frei zu sein. Ja, weil hier rammen sie jetzt für uns heute mal Autos rein. Richtig. Hä? Da kommen die Bullen. Robin, vielleicht geht das. Ja, wir haben zwei Sterne, weil sich ein gewisser Spieler hier in den Bus gesetzt hat, mit seinen zwei Sternen wieder ausgestiegen ist. Hm. Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk. Ja, das war ein Geschenk. Und wir sind nicht glücklich mit diesem Geschenk. Sag Bescheid. Aber es waren doch Sterne. Äh, ich habe drei Sterne, obwohl ich hier nur langlaufe. Sag Bescheid, wenn du zündest. Weil du Thomas bist. Äh, der eine steht halt auch in der Nähe. So, jetzt hier, ich bin hier hinten. Ich bin, wenn ihr die Straßen schickt, zurückfahrt. Ich zündet dann. Und mit Scheiben drin ist der Bus nicht wirklich, äh... Welches ist das Tor? Ja. Ah, jetzt ist er da. Ja. Warte, bleib mal so stehen, bleib mal so stehen. Niederlage neu, kannst du noch fahren. Das klappt super. Ja. Ja. Also, ich bin begeistert. Ja, ich bin begeistert. Wie tot ich denn bin? Au. Ich debb die alle, ja? Ja. Das ist wie tot man nun. Du fährst so schnell rein, hör mal. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Wer sitzt denn am Steuer? Ich. Wisst ihr, was auch gut funktioniert mit dem Glitch? Feuer mehr raus. Die fliegen weit. Ja, es ist aber keiner mehr drinnen. Jetzt bin ich auch tot. Mann. Warum hab ich jetzt 3 Sterne? Oh, ich hab vergessen zu bremsen, bevor ich auch... Leere, doch. Nein, 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 oh. Upsa. Ich hab hier noch einen richtigen Bus gefunden. Ja, da ist ein großer Reisungsmus, aber ich glaube, mit dem Bus funktioniert das irgendwie nicht. Doch, 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 doch. Schon probiert? So, jetzt steig ich wieder rein in meinen Bus. Äh, nein, nein. Mann, der Bus ist kaputt, glaube ich, das geht nicht. So. Der Bus. Ich bin wieder in meinen Bus. Oh, ich hab die Scheiben kaputt getreten. Warte mal, ich fahr mal ein Stück vor, damit wir nicht die Bullen da wegkriegen. Oh, Entschuldige. Au, Entschuldige. Ja, pass auf, sonst ramm dich die Bullen gleich. Ja, ja, deswegen fahr ich jetzt mal langsam. Scheiß, Bus. So. Weiß ich nicht, was ich machen muss. So, du musst ganz langsam in das Tor reinfahren. Ich will auch in den Bullen. Okay. Naaa. Baldig. Hast du Sterne? Nein. Ich glaube, ich habe eben das Gefühl, dass das Tor kaputt ist. Ich will ganz langsam gegenfahren, ganz, ganz vorsichtig. Aber Triss, dann ist gestorben. Der hing doch an ihrem Tor. So. Ich bin gerade in der Luft. Und deshalb ist der alte Chiller hier. Warte mal, ich vermöde zurück. Also das findet mich jetzt alles mögliche, aber nicht an durch ein Tor fahren, ne? So. Also ich habe einen Bus gefunden, ne? Ah, das ist Tristan wieder. So. Einsteigen. Einsteigen. So. Und ich fahr jetzt ganz langsam wieder durch. Ich steck jetzt nicht wieder ins Tor rein. Ja, ja, aber am besten gegen das Tor. Gegen das Tor? Also das, was noch zu ist, oder das, was offen ist? Ne, da wo Tristan steht an der Seite. Einfach gegenfahren, ganz langsam. Warum? Und hinter uns ist was explodiert. Da war das Tor kaputt, glaube ich. Ah doch, wir haben es leicht bewegt. Ich glaube, das Tor ist kaputt. Normalerweise darf das Tor nicht nach vorne schwingen, so wie es bei mir gerade jetzt macht. Schwingt das bei euch auch nach vorne? Ja. Ja. Ja, das darf nicht sein. Frist, also jetzt? Jetzt versuchen? Thomas, nein. Das wird nichts. Das artet in großer Gefahr aus. Aber er hat doch einen VW-Bus. Welches Tor benutzt ihr denn? Das am 400.000 Dollar patent, oder das hier in den Bergen? Bergen. Bei den sieben Zwergen? Bei Schnitflitten. Bei Schnitflitten. Nein, 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 nein. Oh, jetzt haben wir wieder zwei sterben. Oh, Mann, ey. Dann geh ich halt schwimmen. Geh mal schwimmen, ne? Ja, auf den Zeiger, Mann, mit deiner Angst. Ich bin alle tot. Also irgendwie gefällt mir dieser Schulausflug nicht. Ich hab denen einen Polizisten gerade einen richtigen Bitschlepp gegeben. Ich bin tot. Ja. Bitschlepp des Todes. Bitschlepp des Todes. Bitschlepp des Todes. Bares war der Manuel, der spielt jetzt eine Runde, ähm, Waking Point. Ah, Maku. Bye-bye, Manuel. Ist schon nix weg. Ist zwar schon weg, aber, naja. Der wird schon weg. Was sind ihr denn? Ich habe meinen guten Willen gezeigt, da macht die Polizei weg. Ja. Ups, tot. Von, ich bin hier hinter, hinterm Thorn gestorben. So, ich bin hier, keine Ahnung wo, doch dahinten. Nein, der Brust ist kaputt. Also ich habe, habe das gespielt, Thomas, dass, dass die Tore beschädigt waren, dadurch, dass wahrscheinlich dort 200 Sachen explodiert sind und 500 Fahrzeuge drin gefahren sind. Ja, vielleicht sollten wir alle mal kurz da weg und wieder, aber ich hab die anderen, ich krieg die anderen irgendwie nicht mehr, ich kann der Party da nicht mehr weitergeben. Ich weiß auch nicht, warum. Scheiße, scheiße. Dann machen wir folgendes, dann suchen wir uns ein Anderstor. Hast du denn die Möglichkeit, Anderstor zu haben? Wir hatten meinen Bus kaputt gemacht. Verdammt, ey. Thomas? Ich höre jemanden schnaufen in meinem rechten Ohr. Oh. In deinem rechten Ohr. Wir sind aber tatsächlich jemand, äh... Ja, hier ging grad... Habt ihr die Partys verlassen? Ja, da kann ich auch die Partys nicht finden. Äh, so. Hier gingen grad alle drauf. Ja, das war, das war auf jeden Fall kein richtiger Postausflug. Also außer man wollte halt einfach nur, äh... Ich würde auch mal meinen, wir haben jetzt, äh, eine Folgenpause. Und ich glaube, ja, bei mir ist man schon bei 30 Minuten. Ja. Was? So schnell? Ja, das geht immer so schnell. Ich hol jetzt nochmal, ich hol jetzt nochmal einen schicken Reisebus. Okay, wir hol uns einen Reisebus. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. So. Warte, warte, warte. Auf jeden Fall. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank.